Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 550. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis. Ja, servus, hallo. Der Marvin. Ein Gude, hallo. Und die Frau Patricia. Hallo. Hallo. Ja, wir nehmen heute zu ungewöhnlichen Zeiten oder zu einem ungewöhnlichen Tag auf. Normalerweise sind wir ja immer dienstags dabei, das war aber mit hier Feiertag, Vorabend und Gedöns alles so ein bisschen terminlich schwierig, zumindest bei mir. Und von daher nehmen wir jetzt hier am heutigen Donnerstag auf und werden uns dann gleich mit der Eintracht und dem bevorstehenden Spiel gegen Leverkusen beschäftigen. Bevor wir aber dazu kommen, natürlich hier ein bisschen Hausmitteilung am Anfang, weil wie ihr da draußen ja schon wisst, aber wir erwähnen es trotzdem gerne wieder, könnt ihr uns hier unterstützen. Und damit dafür sorgen, dass wir hier Woche für Woche diesen Podcast aufnehmen. Und diesem Aufruf sind zuletzt gefolgt der Niklas und der Johannes, deswegen geht der Dank stellvertretend raus an die beiden, aber auch an alle anderen, die uns unterstützen. Und wenn ihr noch nicht dazugehört, aber vielleicht mal drüber nachdenken wollt, dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alle Infos. Und bevor wir jetzt über Leverkusen sprechen, müssen wir noch über etwas anderes sprechen. Marvin, was fällt dir denn spontan ein, wenn ich sage Panini? Ja, dann ist es tatsächlich nicht die italienische leckere Speise, sondern tatsächlich Panini ist für mich, ja wie soll ich sagen, fast eine historische Kindheitserinnerung. Denn mit Panini bin ich groß geworden und mit Panini-Bildchen, die habe ich als Kind schon eingeklebt, als hätte es keine gegeben. Und Paninis waren für mich eigentlich seit jeher Teil meiner Faszination in anderen Schichten. Das heißt, früher schon angefangen Fußball geil zu finden und was war ein stetiger Begleiter? Genau, die Panini-Sachen, die Kleber und aber auch die Heftchen, womit man das einheften und einkleben konnte. Also insofern, das ist meine, tatsächlich auch Urlaubserinnerung, habe ich oftmals mitgenommen, gab es ja tatsächlich dann auch in anderen Ländern, stetiger Begleiter. Stimmt, ist ja eine, wie ich in meinen Recherchen für diese Sendung herausgefunden habe, eine Firma, die in doch vielen europäischen Ländern unterwegs ist, an den verschiedenen Sprachen. Ich kann mich auch noch ziemlich gut an mein erstes Panini-Album erinnern, wobei ich mich gar nicht mehr so richtig an das Design des Heftchens erinnern kann, sondern einfach an diese quietschgrünen Tüten damals, die ich mit meinem Vater gekauft und aufgemacht habe, wo wir dann diese Aufkleber eingeklebt haben. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe heute nochmal nachgeguckt. Das war zur EM 1996. Oh, okay. Also das ist schon ein bisschen länger her. Auch bei mir schon ein langer Begleiter. Und ich glaube, das ist so eine Leidenschaft oder so eine Kindheitserinnerung, die wir alle irgendwie teilen. Oder Dennis Patrizia, wie sieht es bei euch aus? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, gerade auch das Tauschen, wie oft war es ja dann, oh, jetzt hast du nochmal ein paar Euro Taschengeld oder Palmark Taschengeld und kannst dir neue Tütchen kaufen. Und dann, oh nein, hast du schon, oh doppelt, oh Gott, aber hat es natürlich dann gute Argumente zum Tauschen. Und so hat man es ja dann doch am Ende immer voll bekommen. Und es ist auch leider etwas, wo ich sagen muss, in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt. Und dementsprechend bin ich froh einfach, dass wir jetzt mal wieder einen schönen Grund haben, da zu sammeln. Patricia, wie ist es bei dir? Das ist ja so. Oh, sorry. Sorry, Marvin. Ich kann mich da anschließen, aber ich kann auch Marvin aussprechen lassen. Also ich freue mich auch sehr. Und das ist also Panini-Sticker schon immer. Als ich klein war, auch schön in den Kiosk gegangen und dann immer noch so eine Schnuckeltüte, haben wir es immer genannt. Also hier diese bunten Tüten, wo du dir Süßigkeiten reinfüllst für, weiß ich nicht, ein Euro oder so. Eine gemischte Tüte für eine Mark. Genau. Und dann konntest du dir da einfach so raussuchen, was du haben willst. Und bei uns konnte man das dann noch so schieben quasi. Und dann hat die Kioskbesitzerin es auf der anderen Seite rausgenommen und in die Tüte geworfen. Und da hast du dich schon drauf gefreut. Und wenn du dir dann noch so, weiß ich nicht, fünf Stickerpackungen mitgenommen hast, da war der Tag gerettet. Also dann gab es gar kein Halten mehr, glaube ich. Das ist so spannend, wenn du dir überlegst, wann hast du denn damit angefangen, Patrizia? Ich würde sagen, jetzt mal frühe 2000er, also so 2000, 2001, da wäre ich so, ja, 5, 6 gewesen. Ich glaube, da, so 4, 5, 6, da in dem Alter würde ich immer schätzen. Und das ist halt so geil, weil, ne, du siehst auch wieder die Variabilität, die wir hier in diesem Podcast haben. Weil bei mir, ne, also ich hab mal nachgeguckt und bei mir fing es tatsächlich schon 94 an, ne. Also gut, da war ich aber auch schon 10, ne. Aber da war ich hin und weg. Ich hab tatsächlich bei der Weltmeisterschaft 2004, äh, nicht 2004, ja schön wär's gewesen, 1994 in USA angefangen. Und das war geil, ne, also ich hab ja natürlich sowieso, ihr wisst ja Wrestling-Fan, auch so dieses leichte, leichte Neigung zu USA und fand das damals irgendwie total spannend. Ich hab das ja damals auch mit meinem Vater manchmal geguckt, diese Spiele auch nachts. Und dann, das war für mich alles so ein Ding, okay, dann brauch ich auch das Digga-Album, ne. Und dann, damit hab ich zwar mein erstes Panini-Album, ähm, in Sachen Fußball, aber auch in Sachen Wrestling, die hatten das, war das ja damals auch. Also es gab damals beispielsweise, äh, WWF-Album, ähm, auch, ich, ich glaube, das dürfte so 94, 95 auch gewesen sein, wo ich dann in Undertaker, äh, auch Bret Hart und dann so alles gesammelt hab. Und das waren ja auch Panini-Bildchen, unter anderem, es gab ja natürlich neben Panini auch noch diese, diese, diese festeren Karten, die gab's ja auch noch, so diese, die Sammelkarten, sowas gab's ja parallel auch. Genau, also es gab beides, aber Panini hat mich in meiner Zeit sowohl beim Wrestling als auch beim Fußball halt immer wieder begleitet. Und, äh, ja, es ist, also, man kann auch sagen, eine kleine Sammelleidenschaft hab ich durchaus, ich hab ja noch so alte Wrestling-Figuren hier, ja, ähm, ich bin froh, dass ich mich direkt halte und noch Dinge wieder wegwerf, ja. Also zum Glück kein Messi, aber, äh, wenn man eine leichte Sammelleidenschaft hat, ist Panini natürlich auch teuflisch, ne? Es ist teuflisch, krass. Ich kann mich auch echt noch dran erinnern, wie sehr man dann auch immer diesen letzten Karten nachgelaufen war. Ich weiß, es gab immer irgendwie so einzelne, irgendwie, ganz schlimm waren immer so diese, diese Doppelaufkleber, wo einem immer irgendwie einer am Ende noch gefehlt hat und man versucht hat, dann irgendwie auf dem Schulhof zu tauschen und irgendwie, dann irgendwie einzelne Dinger und nachbestellen und Zeug, das war immer, das war ganz schlimm, wenn man dieses Album nicht vollbekommen hat, fürchterlich. Ganz, ganz schlimm. Aber es ist so krass, was es für eine Tradition hat, also über Jahrzehnte ja anscheinend schon, also ihr habt schon professionell geklebt, da war ich noch nicht mal auf der Welt, so, also dass es wirklich über Generationen hinweg die gemeinsame Kindheitserinnerung ist, bei so vielen Menschen, finde ich schon krass und ist dabei ja auch eine schöne Sache, also das macht schon auch Spaß und ehrlich gesagt macht es auch süchtig. Das definitiv. Und die spannende Frage ist jetzt, warum reden wir jetzt gerade so lange darüber? Das machen wir natürlich, weil es ein eintrachtbezogenes Panini-Album gibt, nämlich das Sticker-Sammelalbum zu 125 Jahren Eintracht Frankfurt. Ich habe es hier gerade vor mir liegen und plätter so ein bisschen durch, wo ja vieles über den Verein drin ist, sei es Wappen, aber auch eben die Sportstätten der Eintracht, Helden und Heldinnen der Eintracht und es geht eben nicht nur um Fußball, sondern es geht auch um den Verein und auch die anderen Sportarten werden da drin gezeigt, aber natürlich nimmt der Fußball da einen großen Moment ein und es gibt eben viele Dinge, die erfolgreich waren, aber es gibt auch Berg und Tal Momente der 125-jährigen Eintracht-Geschichte. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ich mache jetzt mal hier, ich weiß nicht, ob man das hören kann, so ein Tütchen hier auf, Ihr könnt nämlich eins von diesen Alben gewinnen. Wir haben drei Sets, die wir verlosen dürfen, dafür vielen Dank an die Firma Panini, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Wir haben dreimal ein Set bestehend aus dem Sticker-Album und einer Box mit 50 Tütchen, also da könnt ihr schon mal gleich richtig anfangen, da reinzukleben. Die könnt ihr gewinnen und ihr müsst auch gar nicht viel dafür tun, sondern ihr schreibt einfach bis zum 13.05., das ist der Montag vor dem letzten Bundesligaspiel, schreibt ihr uns entweder in die Kommentare auf der Webseite oder als Antwort auf einen unserer Social-Media-Posts oder Kommentar auf YouTube oder ihr könnt es auch wegen mir per E-Mail an uns schicken, eure schönste Panini-E-Erinnerung, die ihr habt. Ihr packt bei den Kommentaren bitte den Hashtag Panini mit rein, damit ich die rausfiltern kann und dann werden wir in der Sendung vor dem letzten Bundesligaspieltag die drei Gewinner auslosen und dann geht das zu euch auf die Reise und dann könnt ihr anfangen, dieses Eintracht-Sticker-Album zu bekleben. Ich habe hier Sticker in der Hand und da sind schon ein paar schöne mit dabei. Also da ist für jeden Eintracht-Fan auf jeden Fall und für jeden Fußball-Sticker-Liebhaber auf jeden Fall mal so ein Wochenende schlechtes Wetter gesichert, würde ich sagen. Tatsächlich jetzt sehr, sehr passend. Aber liebe Leute, ihr habt es gerade gehört, es reicht nicht, liebe Bots, meine Bilder im Profil bei Twitter oder X oder so, ja das reicht nicht, da muss der Hashtag noch dazu mit eurer liebsten Erinnerung. Nur dann gilt das auch, also hört auf das, was René hier gesagt hat. Aber ich will nochmal ganz kurz sagen, wie schön und auch wie, ich finde es tatsächlich total toll, weil es ist, wenn ihr dieses Heft, dieses Sticker-Sammel-Album, und wenn ihr das Heft, ihr riecht mal dran, es riecht so schön frisch, das ist wirklich hochwertig, ich liebe hochwertige Produkte. Das ist einfach richtig schön, das ist wirklich cool und ich wünsche allen viel Erfolg, viel Glück dabei und mal gucken, wenn wir so auslosen. Genau und wer das Album am ehesten dann voll bekommt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr Doppelte gerne mit uns teilt. Genau, wenn ihr Doppelte habt, als erstes mit uns tauschen, bevor ihr das an irgendjemand anderen abgibt, damit wir unser Heft auch vollkriegen. Wir haben nämlich auch, Leute, dann lasst uns doch jeder mal eins aufmachen, wie so, weißt du, mittlerweile gibt es Twitter und YouTube-Streamer, die das so machen, wie so die Ollen hier vom Podcast, wir waren ja noch ganz normal hier mit so einer Podcast-Aufnahme. Okay, okay, dann hol ich gerade was, ich bin gleich auch da. Hast du was zur Hand, Patricia? Ja, natürlich, das ist quasi immer bei mir dabei. Aber ich mache euch nichts vor, ich bin ehrlich, ich habe schon ein paar geöffnet. Ja, klar. Ich konnte es mir nicht verkneifen, ich habe tagelang gewartet, dass dieses Paket bei mir eintrifft und als es dann da war, ich konnte mich nicht zusammenreißen, ich musste aufmachen und anfangen zu kleben. Und es hat mich wirklich so glücklich gemacht, ich glaube, also ich weiß nicht, was da drin ist für ein Zeug, das macht so süchtig und das macht aber auch so glücklich. Ich bin so happy, wenn ich dieses Päckchen aufreißen darf und dann gucken kann, oh, habe ich das schon, habe ich das noch nicht? Und dann macht das ja auch so Spaß, das ist ja so gut aufgebaut, du hast ja diese verschiedenen Kategorien, verschiedenen Kapitel im Heftchen. Und dann steht ja unter jedem Bildchen noch der Kontext und was da zu sehen ist und wo das irgendwie verortet werden kann in der Geschichte der Eintracht. Also das ist ja auch, du lernst ja auch viel dazu, also da sind ja ganz, ganz viele Sachen. Du hast ja eine Seite Kurioses zum Beispiel, da sind so viele, also ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das macht wirklich richtig, richtig Spaß. Geil, dann würde ich sagen, mach doch mal eins auf. Ich habe schon eins aufgemacht, ich bin gerade schon dabei einzukleben. Ich reiße schon mal auf, vielleicht hört man es auch. Ja. Oh ja. ASMR hier kann man schon. Professionell würde ich das nennen. Definitiv. Super gut. Also ich habe gerade eingeklebt Alex Meyer beim Autogramme schreiben. Oh, und ich habe die 149 und zwar der Deutsche Bankpark. Genau, Stadien und Sportstätten sind auch mit dabei. Mach ich mal auf. 248. Zweimal DFB-Pokalsieger-Trainer Dietrich Weise habe ich hier. Ich habe 191, 191 und liebe Leute, das ist natürlich was Schönes. La Bestia Blanca, 30.000 Menschen, bejubelten mit der Mannschaft das Weiterkommen in Barcelona, 2000 fucking 22. Liebe Leute, allein für dieses Bild hat es sich jetzt schon gelohnt. Das glaube ich, das glaube ich allemal. Also ihr merkt, es ist eine Faszination da. Ich würde jetzt auch am liebsten gleich weitermachen. Ich habe ja noch ein paar andere hier. An dieser Stelle brechen wir das hier ab. Genau. Wir machen diese Sendung jetzt noch professionell zu Ende, aber es wird, wie ihr vielleicht dann erahnen könnt, versuchen wir eine kurze Folge, damit wir gleich noch jeder fleißig in unser Sticker-Album dann einkleben können. Ja, dieser Geruch und dieses Gefühl, diese Dinger da rauszumachen, das sind halt wirklich Kindheitserinnerungen, die da hochkommen. Die Italiener können es. Die Italiener können es. Ja, die können es. Genau. Also, ihr habt die Chance. Dann machen wir mal. Drei Sets stehen für Gewinner bereit. Schreibt einen Kommentar bis zum 13.05. Oder schickt eine E-Mail oder antwortet auf einen unserer Social-Media-Posts mit dem Hashtag Panini. Und dann geht's los. So läuft's. So läuft's. Haben wir Dennis verloren im Laufe, oder? Der ist untergegangen in den vielen Aufklebern. Dennis? Ja? Hörst du uns wieder? Ja, ja, ja. Jetzt hör ich euch wieder. Jetzt hörst du. Hervorragend. Ich war wahrscheinlich in meiner eigenen Sticker-Welt. Ja, wahrscheinlich. Bevor Dennis noch weiter in dieses Sticker-Album abdriftet, würde ich sagen, wir sprechen aber jetzt auch nochmal kurz über Fußball. Und weil es es einfach am Donnerstagabend nicht mehr lohnt, über das vergangene Spiel zu sprechen, schauen wir jetzt mal nach vorne. Und sprechen über das Heimspiel am kommenden Sonntag 17.30 Uhr gegen den aktuellen deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. In der Vergangenheit waren doch die Heimspiele gegen Leverkusen, ja, torreich und meistens auch zuletzt siegreich für die Eintracht. Ich glaube, das letzte Heimspiel, was wir gegen Leverkusen verloren haben, war, wenn ich das vorhin richtig nachgeschaut habe, 2017. Marvin, glaubst du denn, dass die Eintracht die Mannschaft ist, die in dieser Saison die Serie von Bayer 04 Leverkusen bricht und da das erste Mal ihnen eine Niederlage beschert? Also es ist nie wahrscheinlicher als jetzt, glaube ich, denn es ist schon so, dass die Eintracht zwar nicht in der besten Form aller Zeiten ist, ich glaube, das hat jeder gesehen, darauf brauche ich auch nichts herum Geheimnis, aber es ist halt schon so und ich glaube, heute wird der Startschuss gemacht für all diejenigen, die jetzt uns live zuhören. Es ist ja das Spiel der Leverkusener gegen Rom, die haben ein sehr wichtiges Europa-Cup-Spiel und ich glaube nicht, dass heute schon ein Finale entschieden wird, wie der weitere Verlauf dieser Europa-Cup-Saison für die Leverkusener ist. Insofern glaube ich, es wird spannend, es wird spannend bleiben und dementsprechend braucht Leverkusen das Rückspiel und was sie dann weniger brauchen, ist natürlich dein Spiel, das Spiel dazwischen und ja, da sind wir. Ich weiß, es gibt halt eine Schwierigkeit und die Schwierigkeit besteht halt darin, dass leider, leider Leverkusen das Verlieren verloren hat und die können halt nicht mehr verlieren, also immer wie so eine Krankheit. Selbst in der letzten Minute der Nachspielzeit musst du immer zumindest noch einen Ausgleich machen, vielleicht auch gar nicht mehr, aber zumindest einen Ausgleich, wie so eine Krankheit. Du musst immer als letzter Wort haben und keine Ahnung, ob das irgendwie immer abzustellen ist, aber ich glaube, die Chance ist definitiv da. Ja, und dadurch, dass die halt wirklich in der Zange sind und die wollen auch jetzt, die wollen auch, die sind Meister geworden, die haben richtig pervers gute Chancen, den DFB-Pokal zu holen. Ey, wenn die jetzt noch die Europa League gewinnen und das ist wirklich nicht unrealistisch, da geht die komplette Eskalation, dann irgendwann wird auch das Stadion voll sogar. Ja, schon überlegt dir das mal, vielleicht wird irgendwann das Stadion mal ausverkauft sein, dauerhaft. Ja, also insofern, ich glaube, die Eintracht hat tatsächlich Chancen. Ja, aber glaubt ihr nicht auch, dass, also ich war so ein bisschen beim letzten Spiel hier Leverkusen gegen Stuttgart. Ich hätte mir ja so gewünscht, dass sie einfach gegen Stuttgart schon verloren haben, damit sie einfach keinen Druck mehr haben. Aber glaubt ihr nicht auch, dass die jetzt einfach versuchen werden, diese komplett ungebrochene Saison oder nicht verlorene Saison irgendwie zu Ende zu spielen? Ich meine, es sind ja nur drei Spiele, man meint ja nicht, dass die jetzt so richtig am Tryharden sind und versuchen dann noch irgendwie das Ding durchzuziehen. Patrizia, wie siehst du das denn? Ja, natürlich werden sie es versuchen. Ob sie es schaffen, ist dann die andere Frage. Also sie sind auf einem guten Weg und das muss man ihnen ja auch lassen. Mir macht das auch ein bisschen Sorge, dass du wirklich bei denen bis zur letzten Sekunde noch irgendwie den, ja die Hoffnung haben kannst, dass du die Führung über die Zeit bringst und dann machen die noch den Ausgleich oder andersrum ist es irgendwie unentschieden und dann machen die noch den Siegtreffer. Also die machen immer noch diesen Last Minute, also wirklich Last, Last Minute Treffer und das macht mir so ein bisschen Angst, weil darauf habe ich überhaupt keine Lust. Also ich, das ist das schlimmste Gefühl, wenn du irgendwie denkst, ach nur noch jetzt den letzten Angriff überstehen und dann haben wir hier wirklich was Zählbares und dann wird es dir in der letzten Sekunde entrissen. Das ist so, so schlimm und das ist ja jetzt schon sehr, sehr häufig passiert bei Leverkusen und ich weiß auch nicht, für mich ist das wirklich nur noch mit schwarzer Magie zu erklären. Ich habe es schon hundertmal gesagt. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, irgendwann müssen die auch mal wieder verlieren und warum dann nicht jetzt gegen die Eintracht? Klar, die werden es versuchen, ihre Invincible Season da durchzuziehen, aber die sind natürlich auch wirklich, wie Marvin schon gesagt hat, in diesem, oder René, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, in diesem Roma-Sandwich jetzt gefangen. Also die spielen heute, die spielen dann in der nächsten Woche nochmal. Klar, die rotieren schon die ganze Saison über relativ heftig. Also ich glaube, das wird denen jetzt auch nicht so viel ausmachen, wenn die da ein bisschen hin und her switchen in der Aufstellung. Aber trotzdem, du hast dann irgendwie müde Beine, du bist den Gedanken vielleicht doch beim Europapokal auch ein bisschen. Und in der Liga geht es ja um nichts mehr, außer um diese ungeschlagen Saison, die jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, wie noch einen Titel zu jagen. Deswegen bin ich mal gespannt. Das wird nicht einfach, aber vielleicht kann man ja wirklich. Und wie geil wäre es, wenn die Eintracht diese Saison versaut, also diese ungesiegte Saison. Wie geil wäre es, das würde richtig Spaß machen. Würde halt richtig gut passen, gerade zur Eintracht, wo wir das ganze Jahr über gesagt haben, wir wissen nicht so richtig, was das für eine Saison wird, wofür die Eintracht stehen will und dass uns diese emotionalen Momente irgendwie fehlen. Und dann ausgerechnet, also positiv ausgerechnet, dann gegen Leverkusen da in diesem Spiel da dieses Ding zu machen, es wäre halt schon eigentlich so typisch Eintracht, oder? Das wäre typisch Eintracht, aber ich will noch ganz kurz sagen, es ist halt trotzdem halt so, dass diese Chance da ist. Patriz hat es gerade gesagt, Leverkusen im Europacup, Panini, ihr merkt schon, heute versuche ich das irgendwie hier öfter mal reinzubauen. Nein, wir haben kein Geld dafür bekommen. Aber, und ich glaube, dass, ja natürlich ist es wahrscheinlich so, sie hat es eben gerade mit schwarzer Magie betitelt, ja, keine Ahnung, Xabi Alonso, der Harry Potter der Bundesliga oder so, ja, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall eine coole aus. Aber ich glaube, auch das muss irgendwann mal enden, ja. Und ich glaube, die Eintracht ist halt mit dieser absurden Saison, und das ist ja wirklich eine verdammt absurde Saison, wirklich prädestiniert dafür, zumindest uns mal diese Hoffnung zu geben. Ich weiß, eigentlich sollte man überhaupt nicht mehr bei der Eintracht in dem Kontext zuletzt von Hoffnung sprechen, denn meine Hoffnung war ja nach Augsburg, okay, alles klar, jetzt ist aber das Feuer da, jetzt, ja, das muss es doch jetzt sein, ne, und dann habe ich ein Bayern-Spiel gesehen, wo ich gesagt habe, ja, naja, also das ist okay, ja, ist gar nicht so schlecht, die Bayern hatten ja gar keinen Bock, das muss man auch mal sagen, und dann die letzten 30 Minuten, nachdem du irgendwie da so einen Gegentreffer bekommst, machst du halt exakt nichts mehr, ne, und das ist, das Spiel spricht halt leider dagegen. Also ich habe eher das Gefühl, dass es völlig scheißegal ist, was Leverkusen da macht, und ich glaube, Leverkusen würde sogar, die bieten uns das bestimmt auf dem Silbertablett an, die Frage ist, ob die Eintracht diesmal nicht zu dusselig ist, um das Angebot auch anzunehmen. Ja, du musst halt wirklich einfach gegen Leverkusen 110 Minuten höchste Konzentration fahren, und das spricht halt dann wiederum gegen die Eintracht, weil wir haben schon einfach in dieser Saison sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen, von irgendwie okay bis wahnsinnig schlecht. Dennis, was ist denn so deine Gefühlslage für das Spiel? Ihr habt alles schon sehr gut gesagt, der einzige Trumpf, den wir hoffentlich in der Hand haben, ist ja, Alonso ist, glaube ich, gesperrt am Wochenende, er hat auch, glaube ich, vierte oder fünfte gelbe Karte gesehen. Dementsprechend, ich hoffe, dass er dadurch nicht so gut mit der Mannschaft kommuniziert, und dass wirklich die, vielleicht diese Serie in Frankfurt, es wird ja auch schon ein bisschen hergeredet, Radetzky, der auch schon davon spricht, oh Gott, in Frankfurt wird schwierig. Ich hoffe, dass es so ein bisschen, ja, so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, es tatsächlich am Ende die Eintracht diesen Nagel reinschlägt und sagt, wunderbar, für uns wäre es genial, für Leverkusen sind natürlich in der Hinsicht sehr bitter, aber ihr habt es richtig gesagt, die sind, die haben, glaube ich, den Fokus woanders liegen, die haben zwar Lust, aber im Großen und Ganzen haben wir wirklich gute Chancen, wenn wir einigermaßen es hinbekommen, auch ja, Spieler, wir haben es ja auch bei Bayern-Spielen, Marvin, du hast es richtig angesprochen, da waren auch Szenen dabei, die mir sehr gut gefallen haben, aber auch sehr viel, was überhaupt nicht gut war. Jetzt muss man wieder versuchen, auch gegen Leverkusen eben dieses absolut fürchterliche abzustellen, das Gute irgendwie aufzubauen und wenn du dann, René, und da hast du was Schönes gesagt hast, 110 Minuten, ja, sagen wir mal, in der 90. ist bloß neun am Ende, reicht auch und du führst mit zwei Toren, dann glaube ich, haben wir wirklich schon gute Chancen, da auch den Sieg noch mit heimzunehmen. Also ich bin da voll bei Patricia mit der schwarzen Magie, selbst in zwei Tore Vorsprung, da würde ich mich erst drüber freuen, wenn das Spiel abgefiffen ist. Also da passieren Dinge, die sind mit normalen Worten teilweise nicht mehr zu erklären. Aber wirklich bis zur letzten Sekunde, es ist ja sowieso schon bei der Eintracht schlimm, dass man immer das Gefühl hat so, ach ja, wir führen aber und dann malt man sich irgendwelche Horrorszenarien aus, aber in dieser Saison gegen Leverkusen, ich vertraue da auf gar nichts mehr, wenn das Spiel nicht komplett durch ist und die alle vom Platz gegangen sind. Ja, abgefiffen alle in der Kabine und irgendwie das Spiel zehn Minuten rum, dann fange ich an mich zu freuen, vorher nicht. Ist ja vielleicht echt spannend, dass der schwarze Magier Xabi Alonso halt nicht seine Wirkmächtigkeit da kundtun kann, weil er halt gesperrt ist. Meinst du, er kann dann kein Pulver heimlich auf den Rasen werfen? Ja, vielleicht nicht, vielleicht ist der Hexer diesmal nicht da. Gab es schon mal irgendwie eine Gelbsperre für einen Trainer? Also, ich meine, fünf gelbe Karten ist schon spektakulär. Schreibt uns mal, ob es das schon mal gab. Darauf weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, also natürlich, früher haben ja lauter Leute die ganze Zeit rumgemosert. Bestimmt ein Lorand, der hat ja an der Seitenlinie regelmäßig die Seitenschiedsrichter, die Linienrichter kaputt gemacht. Also, das kann ja auch passieren. Da gab es einige, glaube ich. Wahrscheinlich einige, ja. Genau, aber schreibt uns mal. Aber auf jeden Fall, glaube ich, dass es natürlich schon ein bisschen absurd ist, in welche Rage wir uns wieder reden und was wir hier schon hineingeheimnissen. Denn realistisch gesehen ist das natürlich jetzt eher nicht so, weil am Ende ist es so, Leverkusen spielt halt eine brutal stabile, herausragend, krasse Saison. Und wenn wir darüber nachdenken, dass die Eintracht aus irgendeinem Grund immer noch auf Platz sechs steht, niemand weiß genau warum. Da müssen wir sagen, wir wissen aber ganz genau, warum die Leverkusener halt da oben stehen mit diesem herausragenden Kader. Sind leider ja zu Recht, auch wenn ich Leverkusen als Verein nicht mag, Meister geworden. Da gibt es nichts. Aber, wie gesagt, vielleicht ist dieser zweite magische Moment in dieser Rückrunde, weil es gab, wenn wir ganz ehrlich sind, kaum magische Momente bei der Eintracht in dieser Rückrunde. Aber vielleicht ist der zweite magische Moment der, der drei Punkte zu Hause in Frankfurt lässt. Und lustigerweise, das muss man ja wirklich sagen, mit drei Punkten, das heißt, dann hast du 48 Punkte. Mit den aktuellen Situationen, mit der Situation, dass wir jetzt ganz sicher fünf Plätze in der Champions League haben. Und wenn da jetzt noch ein bisschen was dazu kommt, dann ist Platz sechs und Platz sieben reichen dann zur Euroleague. Das heißt, wenn du jetzt drei Punkte gegen Leverkusen holst, dann lege ich die Hand für ins Feuer, dann kannst du gar nicht mehr aus der Euroleague fliegen. Und das wäre am Ende dieser sehr, sehr merkwürdigen, eigentlich auch ungenügenden Saison sportlich herausfordernd und teilweise auch für uns als Fans herausfordernd, wäre das ein herausragendes Ergebnis. Ja, und weil wir es gerade eben so viel von schwarzer Magie hatten, ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube, wir können auch nicht mit logischen Dingen erklären, wie wir es geschafft haben, mit der sportlichen Leistung, die die Eintracht da Woche für Woche teilweise auf diesem Platz abliefert, wie wir es geschafft haben, seit dem 15. Spieltag auf Platz sechs zu verbringen und uns kein Stück nach oben und nach unten zu bewegen. Also das kann man wahrscheinlich auch schon sagen, dass das auch nicht mehr so ganz mit richtigen Dingen zugeht. Nee, das liegt daran, dass die Tabelle, wie wir wissen, zementiert ist. Da kann keiner mehr auf- und abrutschen. Das ist richtig. Ich wette, Heribert Bruchhagen findet sich auch das ein oder andere Mal in diesem von uns vorhin erwähnten Panini-Album. Es ist so krass, wenn du dir überlegst, guck mal, ich habe jetzt einen Beitrag der Sportschau gesehen und es ist schon sehr interessant, dass, gut klar, Leverkusen Meister, die sich das anderen aus zwei bis fünf, können noch jeweils die Plätze tauschen. Nur Dortmund kann nicht mehr auf die zwei. Und dann ab unserem Tabellenplatz, Platz sechs, wir können im schlechtesten Fall Elfter werden. Also wenn jetzt alles noch schief geht, können wir jetzt noch Elfter werden. Und ganz krass für mich ist tatsächlich Gladbach, wenn es richtig, richtig gut läuft, kann Gladbach noch Siebter werden. Und wenn es richtig schlecht läuft, können die noch direkt absteigen. Und das bei so wenigen Spielen, die wir noch haben. Also können die noch Siebzehnder werden. Und das zeigt ja, wie eng diese Liga ist, aber wie gleichmäßig sich die Punkte verteilen und wie schlecht alle Formkurven sind. Weil dadurch, dass du keine langen Serien von Vereinen hattest, dadurch, dass du, ja, der gewinnt mal da, der gewinnt mal da. Ich glaube, es ist ziemliche Hölle für all die Leute, die irgendwie versuchen, logisch irgendwie zu tippen. Weil halt nichts mehr Sinn ergibt. Der gewinnt mal da, dann gewinnt mal Heidenheim. Na ja, die halten jetzt mehr oder weniger jetzt eigentlich schon sicher die Klasse. Ja, und dann Union, ah, neuer Trainer. Da denkst du dann, gut, es wird besser, dann wird es nicht besser. Dann irgendwie Gladbach mit dem schlechtesten Schnitt seit Jahren. Dann irgendwie Köln ja eigentlich schon abgestiegen, dürfen niemanden mehr verpflichten. Irgendwie läuft alles scheiße. Aber am Ende können die, wenn die jetzt noch durchrohren, sind die am Ende, wenn ganz viel Glück noch dabei ist, können die noch 13. werden. Also es ist nichts gelaufen, außer für Meister Leverkusen und für Absteiger Darmstadt. Ansonsten noch alles drin. Ist noch alles drin. Ich finde es auch so wild, dass Freiburg auf Platz 7 steht mit einer Tordifferenz von minus 12. Also das ist ja wirklich nicht sonderlich gut. Und die stehen einfach auf Platz 7. Und ab Platz 7 hat kein einziger Verein mehr eine positive Tordifferenz. Also die Eintracht ist die letzte Mannschaft mit einer positiven Tordifferenz. Alle anderen haben sich da irgendwie mehr einschenken lassen, als dass sie selbst geschossen haben. Das ist schon auch wild, wenn man bedenkt, dass ja irgendwie sehr, sehr viele aus dieser Liga sich eventuell für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren werden nach der Saison. Also es ist irgendwie verrückt, die Saison. Und auch nicht logisch zu erklären, glaube ich, alles. Beziehungsweise vielleicht ist es logisch zu erklären, wenn man sich mit jedem Verein jetzt genau auseinandersetzen würde, was wir hier jetzt nicht tun. Aber wir können ja die Eintracht schon nicht zu 100 Prozent erklären. Deswegen will ich das auch gar nicht hier versuchen. Aber genau das, was du sagst, ist ja das Spannende, dass wir es nicht ganz logisch erklären können. Und es ist ja auch absurd. Ehrlich gesagt muss man sagen, Alter, wir spielen so eine scheiße Saison und warum landen wir europäisch aktuell, wenn es so weitergeht. Aber die anderen spielen ja noch eine beschissenere Saison. Das muss man ja tatsächlich dann auch sagen. Es ist ja genau so, dass Freiburg halt einfach minus zwölf Punkte, minus zwölf Tore jetzt kassiert hat. Und wir wissen ja auch nicht, wo wir unsere Tore mal geschossen haben. Also ein, zwei, so ein paar Highlight-Spieler. Und ansonsten, ja, wo schießen wir denn Tore? Was passiert denn da mal was? Also warum machen wir nicht noch das nächste Tor? Wir gewinnen gerade so mit Hängen und Würgen. Haben wir in Heidenheim gewonnen. Das war wirklich mehr Gaukelei. Und dann zum Glück, okay, mal ein bisschen deutlicher gegen Augsburg. Aber ansonsten denkst du, ja, mach doch mal ein Tor. Ich meine, wie viele Tore wir schon nicht nach Ecken gemacht haben. Und dann denkst du, wir müssen der schlechteste Bundesliga-Verein sein, wenn ich das auf dem Platz auch so sehe. Es fühlt sich manchmal echt so an. Es ist so. Aber dann sehe ich, Heidenheim ist noch da, also der 10. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn Heidenheim auf der 10 ist, welches Ergfühl haben Wolfsburg und Gladbach dann eigentlich noch so? Die müssen sich einbotten. Und eigentlich ja. Heidenheim macht das tatsächlich ziemlich gut, muss man sagen. Also dafür, dass die wirklich Aufsteiger sind und sehr, sehr geringe Möglichkeiten haben, im Gegensatz zu Wolfsburg, die sie hinter sich gelassen haben. Das ist schon, also ich glaube, die sind zufrieden mit ihrer Saison, aber ganz, ganz viele andere Vereine in dieser Saison eben nicht. Und man denkt sich immer, es ist ja frech, dass die Eintracht auf Platz 6 steht. Aber dann denke ich mir auch, naja, es wäre genauso frech, wenn einer von denen da drunter auf Platz 6 stehen würde. Ja, also verdient hätten sie es alle irgendwie nicht. Eigentlich müsstest du einen großen Abstand machen zwischen den oberen vier, wo du sagen kannst, okay, da sind welche dabei, die halt wirklich konstant Leistung bringen. Und dann, ja, Mittelfeld sollte es eigentlich gar nicht geben bei den Leistungen, die da teilweise unterwegs sind. Aber sind wir mal froh, dass die Eintracht da steht, Phil Marvin, wenn das richtig gesagt wird. Und auch so ein Torverhältnis hat, denn am Ende kann das ja entscheidend werden auch noch. Also schauen wir mal, ne? Im Moment sieht es ja noch ganz gut aus. Gucken wir mal, wie es dann alles am Ende, wie, das wird wirklich spannend. Aber sehr gut, Patricia, auch nochmal, dass du gesagt hast, war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass wirklich alle total beschissene Torverhältnisse da oben hinter uns haben. Also das ist eine gute Sache. Das kann definitiv, gerade wenn wir jetzt sagen, Freiburg oder auch generell alles, was dann jetzt kommt, wenn es dann am Ende punktetechnisch eng wird, kann uns wirklich dieser Unterschied in dem Torverhältnis, kann uns da halt richtig helfen an der Stelle. Und die haben ja auch durchaus alle noch schwierige Spiele, wenn wir jetzt mal auf den kommenden Spieltag gucken, wo wir eben gegen Leverkusen heran müssen, Freiburg muss in Köln spielen. Das haben die auch noch nicht gewonnen und wie gerade Marvin gesagt hat, Köln kann sich da unten noch mit eigener Kraft rausziehen und sie sollten das wahrscheinlich auch tun, weil ansonsten wird es für die an verschiedensten Stellen richtig, richtig eng. Die werden da auch irgendwie ein bisschen zu kämpfen haben. Augsburg spielt gegen Dortmund, die ja vielleicht dann auch noch irgendwie, na, dranbleiben wollen, wobei Dortmund natürlich jetzt auch, ja auch zwischen den internationalen Spielen da irgendwie steht. Hoffenheim am Freitag gegen Leipzig, also da gibt es auch, glaube ich, wenig Punkte zu verteilen an dem Spieltag. Wir könnten da halt wirklich einen Sprung machen und uns dann quasi ja schon die Tür nach Europa ganz weit aufmachen. Hauptsache auch keine Klatsche kassieren, damit man auch das positive Torverhältnis verhält. Ja, wegen dem Torverhältnis, also so ein 5-0 gegen Leverkusen verlieren, wäre halt auch einfach richtig doof an der Stelle. Aber es wird nicht passieren. Ich glaube tatsächlich, dass das wirklich nicht passieren wird. Es ist, was mir wirklich auch Hoffnung gibt, auch wenn ich natürlich schon diese Hoffnung irgendwie suchen muss und muss ganz genau gucken, woraus ziehe ich denn was. Aber dann ist es ja schon was extrem Positives, dass wir gemerkt haben, der Treffe gegen Augsburg hat Eke-Tike ein wenig diese Freiheit wiedergegeben. Und dann hast du es gesehen, okay, jetzt gegen die Bayern, welches Tor er gemacht hat, wie er es gemacht hat, das sah für mich eher so aus, als müsste er ganz genau, wo das Tor steht und jetzt hätte er nie aufgehört, Tore zu schießen. Und das ist schon total cool, dass ich jetzt gerade das Gefühl habe, okay, guck mal, da passiert was. Er ist wieder da, er ist so da, wie wir ihn noch ja live nicht dauerhaft erlebt haben. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, daran kann man aufbauen und dann musst du halt sehen, wie es weitergeht. Es muss halt gegen Leverkusen, das ist ganz klar, es darf nicht an Individualaktionen scheitern. Denn, wie gesagt, die Bayern, die wollten nicht gewinnen. Die waren, glaube ich, bei dem 1-1, haben die gedacht, ah ja, komm, wir machen jetzt nichts mehr, ihr macht auch nichts mehr und dann ist es ein 1-1, jeder ist zufrieden. Und dann hat sich Robin Koch gedacht, nö, also so geht es ja jetzt auch nicht. Und hat halt, ja, wie auch immer, ich habe jetzt schon die Begründungsansätze gehört, ja, es war ja ganz natürlich und er wollte nur wissen, wo sein Gegner steht. Ja, das kann man schon so sagen, aber es sieht trotzdem total beschissen aus. Und dass der Müller dann halt fällt, dann ist es halt auch so, das kann ich ihm noch nicht mal üben. Das ist einfach eine beschissene Aktion gewesen, die uns halt wirklich einen Punkt gekostet hat. Und entschieden war richtig gut gewesen. Und auch davor war es auch eine Einzelaktion, die nicht so wirklich gut war. Also ich muss sagen, das muss abgestellt werden oder zumindest sehr, sehr minimiert werden, damit wir halt gegen Leverkusen wirklich auch eine Chance haben. Weil die nutzen halt solche Einzelaktionen halt auch aus. Die nutzen das definitiv. Und da ist auch der ein oder andere dabei, der da bis zur letzten Minute die anderen antreibt, dann da auch nochmal einen extra Meter zu gehen. Nicht wie bei den Bayern am Wochenende, wie du richtig sagst, die eigentlich sich auch schon innerlich mit dem Unentschieden zufrieden gegeben hatten. Ja, und was sie auf jeden Fall auch abstellen müssen, sind, ja, wie ihr schon gesagt habt, die individuellen Fehler, aber auch halt in Form von Fehlpässen oder unsauberen Pässen, unsaubere Annahmen, so Dinger, wo du halt einfach so einen leichten Ballverlust im Mittelfeld hast, weil die kontern dich auch, die sind ja enorm schnell. Also und so wie die Eintracht manchmal defensiv sortiert ist, sehe ich es da nicht gut ausgehen, wenn du denen zu oft den Ball irgendwie unnötig herschenkst. Deswegen würde ich mir wirklich wünschen, dass man da einen sehr konzentrierten Auftritt hinlegt, weil das war so zuletzt echt das, wo man sich halt immer wieder über die Eintracht geärgert hat, dass es einfach so unkonzentriert und unsauber wirkt und du dadurch so viele unnötige Ballverluste hast und den Gegner halt wirklich einlädst oder dich selbst in so doofe Situationen bringst. Auch immer diese Fehlpässe in der Nähe des eigenen Strafraums, wo du einen Spieler anspielst, entweder unsauber anspielst oder einen, der doppelt gedeckt ist, anspielst und der verliert dann den Ball, weil, ne, ist ja auch in einer blöden Situation, was soll er machen? Und dann, ja, rennen die auf einmal auf dich zu und dann fällt ein Gegentor und du denkst dir, boah, das war richtig unnötig. Also aus der Ordnung heraus, ohne diesen Aussetzer mit irgendwie blödem Pass, wäre das halt einfach nicht passiert. So, und das müssen die wirklich komplett minimieren, weil sonst, äh, sehe ich auch bei Leverkusen, die werden das aber sowas von gnadenlos ausnutzen. Ja, das befürchte ich allerdings auch. Also da müssen wir wirklich hochkonzentriert sein, äh, möglichst diese ganzen Ballverluste irgendwie vermeiden, aber auch die Offensivaktionen, die wir hoffentlich bekommen werden, äh, auch sauber ausspielen. Weil, klar, Marvin, du hattest es gerade eben angesprochen mit dem Elfmeter gegen die Bayern, aber da erinnere ich mich auch an zwei Kontersituationen, wenn wir die ein bisschen cleverer ausspielen, dann kommen wir da wenigstens auch mal zu einem Abschluss und vertändeln dann da nicht irgendwie unnötig den Ball am, am Sechzehner oder haben irgendwie so einen Sonntagsmorgen vor dem ersten Kaffeeschuss da auf, aufs Tor. Also auch da müssen wir, äh, unsere Möglichkeiten machen. Und eigentlich ist die Eintracht ja gut unterwegs, wenn man mal guckt, wie viel wir aus den wenigen Torchancen, die wir haben, am Ende des Tages machen, sind wir eigentlich effizient. Und da müssen wir halt wirklich 200 Prozent effizient sein, sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr. Auf jeden Fall. Aber, was glaubt ihr denn, äh, wie wir aufstellen? Normalerweise frage ich ja immer, äh, Patricia, die ist aber heute hier in Aufstellungsstreik getreten, deswegen frage ich jetzt mal den Dennis. Oha. Oha. Okay, na gut. Ja. Jetzt wisst ihr mal, wie ich mich immer fühle. Der Torwart, der, ja, ja, jetzt weiß ich genau, wie unangenehm das immer ist für dich, ja. Nein, ähm, also Torwart, klar, es stellt sich immer von selbst auf bei uns, äh, davor ist es momentan, jetzt müssen wir nur nochmal drüber sprechen, gesperrt ist eigentlich niemand, oder? Gut, ähm, würde ich gerne mit einer Dreierkette. Ähm, Pacho Kochtuta spielen. Ja, das war der einfache Part. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Ähm, nach dem Interview und der Motivation, die Nkunku so gezeigt hat hier, dass er sich ja unbedingt hier durchbeißen will, da wir das gerne gegen Leverkusen an meiner Aufstellung links zeigen. Ähm, jetzt ist die Frage, hat das Buta so schlecht oder so gut gemacht, dass ich ihn nochmal sehen will? Ähm, also bei mir darf er nochmal spielen von Anfang an. Wie sieht's bei euch jetzt? Und dann setzt Buta dann auf die rechte Seite. Mmh, mh, mh, mh. Ja, nee, irgendwie, das ist irgendwie halt leider so schwierig, ne? Ja, Buta, ja, aber was soll man machen, ne? Das ist halt so die Sache, ne? Ja, kannst du machen, aber löst bei mir halt echt keine Begeisterungsstürme aus, ne? Nein, bei mir auch nicht, Marvin, bei mir auch nicht. Wer löst denn bei dir mehr Begeisterungsstürme aus? Ich weiß nicht, vielleicht ist es halt sinnvoll, da Dina Elbimbe hinzupacken, so, ja. Wäre auch so ein bisschen meine Tendenz, glaube ich. Ich würde es mal probieren, weil ich glaube, Big Match, Dina, der will das, ne? Also der weiß natürlich schon, Sonntag 17, 30, gibt kein anderes Bundesliga-Spiel mehr, ja. Da kann ich mich gegen so einen Top-Gegner halt auch nochmal richtig beweisen. Das merkst du ja, der ist ja immer bei solchen Top-Spielen, ist der ja schon da. Ja, dementsprechend glaube ich, dass Elbimbe da vielleicht sogar, also die hat natürlich einen Ausschlag, dass er scheiße werden kann, so, ne? Weil er keine Konstanz hat, aber wenn Elbimbe richtig geil drauf ist, dann kann das halt auch noch besser werden. Deswegen würde ich, glaube ich, eher mit Elbimbe gehen. Ja, wäre auch so ein bisschen meine Tendenz, glaube ich, gerade. Wie sieht es aus, Patricia, bei dir? Auch? Ja, ich bin sowieso Dina Elbimbe-Fan, ehrlich gesagt, auch wenn er seine Aufs und Abs hat. Aber wenn er dann seine Aufs hat, macht das schon viel Spaß. Klar, ist natürlich eine offensive Variante mit in Kunku und Dina Elbimbe, aber du hast ja auch die Dreierkette zumindest hinten stehen dann. Von daher können wir das doch mal so versuchen, würde ich sagen. Okay. Das heißt, wie gehen wir denn jetzt weiter dann im defensiven Mittelfeld? Ist es dann, machen wir Skiri Götze oder überlegen wir uns da was anderes? Kommt Larsson wieder rein? Wahrscheinlich ist das Skiri oder Skiri Götze, je nachdem, wie ihr es haben wollt, die sichere Variante? Oder gibt es da Widerrehen? Ich finde, sie haben das eigentlich in den letzten Spielen ganz ordentlich gemacht. Klar, jetzt, du hattest es gerade eben angesprochen, diese Unstimmigkeit da ein bisschen mit dem Rückpass jetzt gegen die Bayern. Aber so ansonsten hat das eigentlich schon ganz gut funktioniert. Und Larsson war ja jetzt auch ein paar Spiele raus. Und ich weiß nicht, ob Leverkusen dann das Spiel ist, wo du ihn dann bringst. Der wäre für mich so klassischer Einwechselkandidat an dem Tag. Aber ansonsten wäre ich da eher so bei Skiri Götze gerade auf der sechs beziehungsweise acht. Ja, ein bisschen einspielen, ein bisschen auch da Sicherheit sammeln. Es muss ja, klar, ich wünsche mir auch, dass das gegen Leverkusen jetzt schon klappt. Aber wir wollen ja auch eine Mannschaft haben, die jetzt noch die letzten Spiele komplett spielt. Und da ist für mich Skiri Götze so eine Achse, die ich gerne jetzt einfach immer wieder aufstellen würde, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, also ich mag die Skiri-Larsson-Variante, ehrlich gesagt. Aber ich sehe es auch noch nicht so kommen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass Skiri Götze dann spielen wird, so wie es auch gegen die Bayern war. Ja, deswegen, ich halte es nicht für so realistisch. Aber persönlich würde ich mich über Larsson freuen, sagen wir mal so. Ja, und dann ist die große Frage der Offensive. Ich glaube, Ekkitike hat sich spätestens nach dem von Marvin eben angesprochenen Tor gegen die Bayern und weil man ihn ja jetzt dann auch fest verpflichtet hat, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist der, glaube ich, gerade wirklich auf so einem Hoch. Also auf den kannst du irgendwie nicht so wirklich verzichten. Anne Mamouche, finde ich, kommt jetzt auch nicht wirklich einen Weg dran vorbei, weil er halt einfach der Spieler bei uns ist, der halt einfach die meisten Scorer-Punkte gesammelt hat und auch immer sehr untriebig ist und auch für Ideen sorgt. Und dann bleibt halt noch ein Platz irgendwie offen. Da gäbe es für mich jetzt zwei Varianten, entweder einen Knauf oder einen Shaibi. Was ist denn da so eure Präferenz, Marvin? Wen würdest du da präferieren? Ich gehe mit Knauf, aber ich gehe auch da diese Saison nicht mehr davon weg. Für mich ist Knauf der wesentlich gerade der konstantere von beiden Spielern. Und ja, jeder regt sich dann immer wieder über Knauf auf. Das ist auch in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, dass Knauf für mich einfach derjenige ist, den du auch da bringen musst. Weil auch in dieser Saison als einer der wenigen auch am Ende, guck dir seine Statistiken an, die sind wirklich besser als von vielen. Und für mich ist, glaube ich, auch gegen Leverkusen jemand, Knauf jemand, der da scoren kann. Und dann ist es ja so, wenn es nicht funktioniert, ist Shaibi auch jemand, den du wirklich auch reinstellen kannst. Ist wirklich jemand, den du einwechseln kannst. Ich finde, das ist eigentlich eine Luxussituation. Also ich würde eher mit Knauf gehen. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Dennis? Ja, gehe ich mit Marvin mit auf jeden Fall. Shaibi ja auch, war der nur erkältet oder war da irgendwas Größeres? Nee, der war, glaube ich, nur erkältet. Okay, weil er bei den Bayern ja gar nicht im Kader war, glaube ich. Also normalerweise habe ich immer gehofft, dass er uns aus dieser Misere der fürchterlichen Standards rausführt, weil er ja eigentlich wirklich ein feines Füßchen hat. Also nicht Knauf, sondern Shaibi, meine ich jetzt. Aber wir haben ja gesehen, in den Einsätzen, die er gespielt hat, hat uns das auch nicht weitergebracht. Also setzen wir jetzt alles auf Knauf. Nicht an demjenigen, der die Ecke tritt, sondern ganz oft, wer dann versucht, diese Ecke zu verwandeln. Oder? Ja, ja, das ist das schon. Aber es ist teils, teils. Teils, teils. Also ich glaube, das ist schon... Shaibi hat meiner Meinung nach schon Potenzial da, aber so richtig geil war das auch nicht, was ich da gesehen habe. Also schau mal, Knauf hat gutes Tempo, war jetzt, glaube ich, auch wieder schnellster, irgendwo habe ich es gelesen, letzter Spieltag oder vorletzter Spieltag. Also wenn er das Tempo irgendwie reinbringen kann und er wird Platz haben, Leverkusen ist ja schon so, dass die uns auch ein bisschen Platz lassen werden, weil sie selbst wahrscheinlich viel blöd auf unser Tor rennen. Dementsprechend, denke ich, kann mit Knauf da gut arbeiten. Also Räume zum Kontern könnte ich mir schon vorstellen, dass es wieder reichlich gibt. Die Frage ist halt, was machst du da draus? Aber klar, da ist natürlich mit Knauf hast du dann ein bisschen Pace dabei. Und mit Mamouche und Ekiteke ja auch. Patricia, gehst du da mit? Ja, also von der Geschwindigkeit her auf jeden Fall. Ich hatte es letzte Woche ja, letzte Woche hatte ich mich für JB entschieden, der war dann aber krank. Und dementsprechend, ich weiß ja auch nicht, wie lang war der krank, wie fit ist der dann jetzt? Wahrscheinlich ist er fit fürs Spiel, aber wie auf der Höhe ist der jetzt nach so einer Erkältung? Von mir aus gerne mit Knauf aufgrund des Tempos. Aber würde mich auch nicht gegen JB wehren, ich sage es mal so. Glaub aber trotzdem, es wird Knauf spielen und das ergibt auch schon Sinn von der Geschwindigkeit her. Ich hoffe nur, dass er es vielleicht diesmal schafft, den Querpass zu spielen. Das hat mich gegen Bayern nur ein bisschen aufgeregt. Ich glaube viele, dass er einfach oft den Pass zu spät spielt. Und das sind immer so kleine Entscheidungsfindungen. Und ich glaube, er muss wirklich in so Situationen geworfen werden, wo er gar nicht viel nachdenken kann. Weil ich glaube, wenn er nachdenkt, dann zerdenkt er es ein bisschen. Und dann weiß er nicht so recht, schieße ich jetzt, spiele ich den Pass, was mache ich? Und dann zögert er zu lang. Und dann sind halt wirklich aussichtsreiche Situationen manchmal halt leider nicht mehr so aussichtsreiche. Sind die Situationen schon fertig. Aussichtsreiche Situationen meine ich, nicht mehr so aussichtsreich. Aber an sich, er kommt ja in Situationen, die gefährlich werden können. Und das soll ja auch der Weg sein, dass er durch seinen Tempo da diese Situationen schaffen kann. Und wenn er dann noch die richtige Entscheidung trifft, beziehungsweise schneller agiert, oder vielleicht einfach mal in die Situation kommt, wo er nicht viel nachdenken kann, dann glaube ich auch wird es was, weil wir haben es ja auch schon gesehen. Also er kann es ja auch. Er kann ja selbst die Tore schießen. Er kann auch den richtigen Pass spielen. Von daher, die Räume wird es geben. Und da Knauf, du hast dann Dina Ibimbe, Nkunku, Mamouche, Ekitike. Ich glaube, damit hat man schon sehr, sehr viel Geschwindigkeit, wenn man da jetzt mal zusammen drauf schaut, was wir da zusammengewürfelt haben. Also da sollte der ein oder andere Konter auch gelaufen werden können. Ja, und die wollen auch. Wie gesagt, ich bin ganz sicher, dass die gegen den aktuellen deutschen Meister, die haben ja, das ist ja der Vorteil, schon seit langer Zeit nur noch ein Spiel die Woche. Und wenn du eigentlich das einigermaßen gut hinbekommst, dann kannst du die Jungs darauf einstellen. Und gerade gegen so einen Prestige-Gegner, gerade gegen den deutschen Meister. Das geht anderen Vereinen natürlich auch. Aber wenn es dann ein paar kleine Schwachpunkte gibt. Und deswegen ist es auch gut, Shaibi in der Hinterhand zu haben, weil ich auch safe davon ausgehe, dass der auch richtig Bock hat. Übrigens, wir sprechen über einen 21 und 22 Jahre alten Spieler. Also über die beiden. Die sind alle noch saujung. Und eigentlich sowohl Ansgar Knauf hat für mich sehr gute Saison gespielt, und ich finde auch für FFJB, die erste Saison ist auch cool geworden. Man muss immer überlegen, was kann man von den einzelnen Leuten erwarten. Und einzeln genommen, finde ich, war das echt eine coole Saison. Der hat schon immer fünf Vorlagen. Da wird in der nächsten Saison auch noch mal ein bisschen was gehen. Immerhin bleibt er ziemlich safe bei uns. Und da können wir uns auf was freuen. Das ist halt jetzt auch so eine merkwürdige Saison. Aber bei beiden hätte ich ein ganz gutes Gefühl, wenn sie reinkommen. Und insofern wird die Seite mir jetzt erst mal kein Problem machen. Und ich denke, bei den anderen sind wir auch okay besetzt. Und dann schauen wir mal. Es muss halt alles stimmen. Die müssen wach bleiben. Du musst auch wieder das Stadion haben, was wirklich will, was am Ende volle Lotte geht. Und auch dieses Gefühl, dieses besondere Gefühl wieder transportiert. Krass. Das ist jetzt hier gerade zum ersten Mal. Wobei der deutsche Meister der Leverkusen heißt, der zu uns kommt. Ja, die wollen wir ein bisschen besonders behaken. Gehst du auch zurück, gehst du in die Fanfreundschaftssituation, dass die mit den Offenbachern eine Fanfreundschaft haben, damit sie irgendwann mal das Stadion vollkriegen. Die ganzen Ganoven. Ja, also mal ein bisschen, mal ein bisschen, ja, also man bin nicht immer so, ja, lieb und alles okay. Nee, so schon auch mal sagen, ja, du, auch mal reingrätschen. Also auch mal zu der richtigen Zeit auch mal zu sagen, okay, ihr denkt, wir spielen hier so nett den Ball und dann könnt ihr nämlich dann am Donnerstag wieder euer Rückspiel spielen. Nee, also wenn ihr hier Vollgas gebt, dann werdet ihr schön umgeknüppelt. Einfach mal umknüppeln. Auch mal so einen Akzent setzen. Einfach so irgendwann mal eine Kletterminute. Einfach mal so, aber damit es noch eine gelbe Karte ist. Auch jemand, der das normalerweise nicht so oft macht, der eher nicht so gefährdet ist. Vielleicht auch mal Mammusch, der ja normalerweise eher für Meckern oder sonst irgendwas gelbe Karte bekommt, aber ja, gut, das ist ein bisschen ungestüm. Aber wir müssen mal jemanden suchen, der selten gelbe Karten bekommt und der nimmt sich da mal einen vor und sagt, hier, willkommen in Frankfurt. Und dann mal gucken, ob sie das so annehmen oder ob sie sagen, okay, verletzen will ich mich hier nicht. Dann ist mir das Spiel dann lieber egal und dann geht es dann am Donnerstag wieder um den Einzug in die Europa League, weil den Pokal will ich auch noch gewinnen. Das ist so ein kleiner Psychotricks. Ja. In dem Moment hat übrigens gerade Leverkusen gegen Roben das 1-0 geschossen. Siehst du? Ja. Und noch eine andere Frage, bevor wir hier gleich zu den Tipps kommen. Ich habe gerade eben, das war mir gar nicht aufgefallen, dass jetzt gerade bei Leverkusen gegen Roben Radetzki nicht im Tor steht. Ist das, wisst ihr da irgendwas? Ist das jetzt einfach nur aus Lust und Dollerei oder ist der gerade irgendwie unpässlich? Habt ihr da irgendwas mitgekriegt? Nichts mitbekommen, nee. Okay. Nee, ich habe es auch nicht. Also ich bin ziemlich sicher, dass es halt so ist, dass international sie den Wechsel haben, genauso wie das ja manchmal auch der Fall ist. Ich gucke jetzt mal, weil hier googeln die Chefs noch selber. Weil ich glaube, dass es nämlich so ist, ja, ja, das ist kein Ding, kein Ding, dass bei den Spielen, die international gemacht werden, durchaus mal eine Rotation stattfindet. Hat ich tatsächlich auch bei einigen anderen Vereinen gesehen. So, na, jetzt kann ich ja auch nicht jedes Spiel machen. Aber was dann übrigens auch mega überraschend ist, dass wenn das so ist, dass das halt die Hintermannschaft auch überhaupt nicht juckt. Und so ist es nämlich. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, gegen West Ham war auch schon Kovar im Tor. Okay. Und das ist wirklich, das ist wirklich genau das. Ich hatte es nämlich so dunkel in Erinnerung. Das juckt die halt nicht gut. Man muss auch sagen, die haben jetzt hinterher die allerstärksten Gegner gehabt, ne? Die haben sich jetzt durch die Europa League gejuckelt und sind durch Hecken, Molde, Karabag durchgewurstelt. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätten die jetzt nur Monstergegner gehabt. Aber dann West Ham haben sie auch besiegt. Und wie gesagt, in der kompletten Euro League war es halt so, dass wenn Kovar die Möglichkeit hatte und dementsprechend fit war, dass er dann auch die Spielzeit bekommen hat. Ja. Es gibt ja auch diese Vereine, die generell so spielen, ne? Also die generell die Pokalwettbewerbe und die Liga unter den Torhütern aufteilen. Ja, das ist richtig. Das ist ja eigentlich bei manchen Gang und Gebe. Ja. Das ist eigentlich fast eine internationale Sache. Das ist ehrlich gesagt nur im deutschen Kosmos, Torhüterkosmos nicht der Fall, weil also England macht es ja komplett. England hast du das ziemlich oft da. Genau, da hast du aber auch 10.000 Wettbewerbe, ne? Wenn du irgendwelche Geldgeber befriedigen willst, dachte ich, dass du einen Carabao-Cup und dann noch irgendeinen anderen Quatschkopf-Cup und dann gibt es auch die Meisterschaft, gibt es auch noch und so weiter und so fort. Also da ist es halt an die Spitze getrieben, aber es gibt es halt, wie gesagt, ja auch in Spanien und so weiter und so fort. Ja, ja. In Deutschland ist es nicht so das Ding. Aber Xabi Alonso, deswegen ist er auch so erfolgreich, he thinks outside the box. Ja. Das hast du. Sehr, sehr schön. Outside of the Bundesliga-Box. Hervorragend. Was ist denn eurer Meinung nach das Endergebnis am Sonntag, lieber Dennis? Gut, ich sage 3 zu 1 für die Eintracht. Wir müssen mit zwei Toren führen, damit ich am Ende nicht mit Herzinfarkt aus dem Stadion getragen werden muss. Ja, das glaube ich auch. Marvin? Ah ja, dann machen wir ein 3 zu 1 für die Eintracht. Das ist auch 3 zu 1, okay? Ja, ja. Also das klingt sehr unrealistisch, aber es fühlt sich auch ein bisschen falsch an, wenn man es sagt. Aber es ist auch mal gut. Patricia. Ich fühle mich auch schlecht eigentlich. Damit hier jemand die schwarze Magie trotzdem mit einberechnet, sage ich 2 zu 2. Aber damit die Eintracht zumindest noch einen Punkt behält, ja, sage ich 2 zu 2. Weil wir haben ja jetzt einigermaßen realistisch tippen wollen. Oder auf Wunsch. Weil auf Wunsch würde ich was anderes sagen. Nee. Ich tippe nur auf Wunsch, wenn ich realistisch tippen würde. Völlig realistisch. Naja, diese Diskussion haben wir ja hier irgendwann mal angefangen. Und seitdem traut man sich nicht mehr zu tippen. Ach, wo? Oh, kannst du ja fast alles tippen. Fast alles. Nee, komm, sagen wir mal 2 zu 2. Was ja jetzt auch nicht, also wäre jetzt ja auch nicht so verkehrt. Würde ich jetzt, wenn mir das vorher jemand anbietet, würde ich es annehmen wahrscheinlich. Auch wenn ich natürlich die unbesiegte Saison kaputt machen will. Aber ich glaube, logisch gesehen müsste man es annehmen, wenn es einem jetzt einer anbietet. Ja. Ich glaube auch, dass die Eintracht gewinnt. Ich glaube aber, dass das bis zur, weiß ich nicht, 102. Minute so richtig anstrengend, nervlich anstrengend wird. Und die Eintracht nur knapp gewinnt mit einem 3 zu 2. Und dann bin ich aber definitiv danach ein absolutes Frack. Aber es ist geil. Dann lassen Sie das, ich gucke mal, wenn das wirklich so kommt, dann ist die Saison doch gelangen. Und dann bin ich mal gespannt, wie der Krischer den Topmüller rauswerfen will. Ja, also das ist dann immer noch, das ist dann immer noch keine gute Saison. Aber wir hätten zumindestens dann safe unser Minimalziel irgendwie erreicht. Und dann können wir auch entspannt in die letzten Spieltage gehen, weil worauf ich halt absolut keinen Bock drauf habe, ist, dass es im letzten Spiel dann wirklich noch um jeden Punkt und jedes Tor irgendwie ankommt. Du bist auch geil. Haben wir unser Minimalziel erreicht, als wäre es so Minimalziel für die Eintracht, irgendwie jedes Jahr in die Europa League zu kommen. So war es auch vom Verein auch vorgegeben, dass man mindestens wieder international spielen will in der nächsten Saison. Ich habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt der Kolomuani geht, jetzt haben wir da irgendwie welche Gaukler im Tor, als Torjäger. Da habe ich gedacht, wenn wir auf Platz 9 kommen, ist das schon okay. Aber damals habe ich tatsächlich gedacht, dass ich weiterkommen will in der Conference League. Und die Conference League und auch der DFB-Pokal waren diese Saison halt wirklich ein Akt der Grausamkeit. Also insofern müssen sie uns da wenigstens über die Bundesliga einigermaßen zufriedenstellen. Ja, das werden wir aber, denke ich, alles nochmal in unserer Saisonabschlussfolge dann aufrollen, was das mit uns gemacht hat und was am Ende von dieser Saison wirklich übrig bleibt. Aber da müssen wir jetzt im Detail nicht drüber sprechen. Ja, aber dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche auch erfolgreich zu Ende gebracht. Nochmal die letztmalige Erinnerung an euch da draußen. Wenn ihr eins von den drei Panini-Sticker-Alben und eine Box mit 50 Sticker-Päckchen gewinnen wollt, dann schreibt einen Kommentar mit eurer schönsten Panini-Erinnerung und dem Hashtag Panini. Und dann werden wir in der Sendung am 14.05. So ist der Plan, die drei Gewinne auszulosen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche, ein wunderbares Erlebnis Sonntagabend im Stadion, wenn die Eintracht drei Punkte holt gegen den amtierenden deutschen Meister. Und in diesem Sinne, macht's gut! Tschüss! Hey, hey, es kann am Rand von. Hey, 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 es kann am Rand von. Hey, das kann man born. Hey, hey, es kann man born. Untertitelung des ZDF, 2020